mein leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile 21 video hier auf meinem kanal schön dass ihr mit am start der freunde alter was war das gestern für ein kranker ich wirklich vielen 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 dank geht an euch alle da draußen raus es war wirklich es war der beste stream den ich jemals gemacht habe mein leben es war wirklich der beste und geilste stream mit euch ist einfach nur wild wir haben neuen zuschauer rekord von 121 zuschauern aufgestellt das ist absolut krank wirklich vielen vielen dank freunde auch vielen dank an alle die gespendet haben an alle die mitglied in die vip army gekommen sind das war einfach nur krank dieses stream und wir haben auch im stream so viele hacks geöffnet dieses video ist ja wieder so kleine stream highlight video ob die kleinsten zwar nicht nennen weil wir haben so viel geöffnet wir haben reserve wir haben 25 reserve packs geöffnet aber das war schon krank dann haben wir uns den bundesliga pass geholt für zehn euro wir haben uns spieler gekauft ich habe spieler abgeholt unter anderem icon ihr könnt euch den denkmal an denken welche eigenes ist dann sind wir fast bei haaland also ich habe mich entschieden zu haaland also ich habe mich entschieden dass ich mir abholen möchte ihr seht ich bin jetzt aktuell bin ich hier ich kann eigentlich auch noch spielen können wir auch gleich machen ihr seht es dauert wirklich nicht mal lange dann habe ich den guten ehrenbruder haaland komm ich mache immer schnell die spiele ich habe mich für haaland entschieden weil lewandowski war zu risky die meisten im chat meinten macht lieber haaland das ist safe und habe mich zu entschieden kommen master haaland und haaland ist auch ein geiler spieler also genau und genau weil ich auch noch sagen wollte dieses highlights video gleich alles zeigen werde hat der gute felix geschnitten der gute pacman schaut auch gerne mal bei ihm vorbei link unten in der videoschreibung und unten in den kommentaren ist angepinnt der link noch mal schaut auch immer bei ihm vorbei weil ich habe es leider zeitlich nicht mehr ganz geschafft ich nehme mir schnell noch das intro auf aber die ganzen highlights was da so passiert ist weil es war ja ziemlich das war wirklich ziemlich ziemlich viel habe ich nicht geschafft alles da reinzuschneiden das hat mir das hat der gute felix übernommen noch mal vielen vielen dank felix wie gesagt schaut aber bei ihm vorbei er macht auch richtig geile videos link wie gesagt link unten in der video beschreibung und unten in den kommentaren ist er angepinnt weil er hat sich wirklich sehr sehr viel mühe gegeben und das endprodukt ist auch mega mega geil geworden also lasst mal lieber bei ihm da und genau freuen ich werde euch gleich alles einblenden ich mache noch mal schnell die skillspiele mit euch zusammen und dann dann könnt ihr noch mal alles genießen dann könnt ihr die ganze eskalation noch mal genießen hier also es war einfach nur wild freund es war wirklich so wild ist wirklich der wildeste stream jemals gemacht und das euer euer verdienstfreund war einfach so 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 dermaßen krank hat so laune gemacht ja wie gesagt ich kann mich nur wiederholen vielen vielen dank wann der nächste stream ist mal gucken die nächsten wochen werden schwer weil ich wieder in die schule gehe also wechselunterricht da bin ich nächste woche wieder in der schule mal gucken obwohl die montag ist der feiertag montag montag des pfingsten montag eventueller montag eventuell ich bin mal nicht ganz sicher kann auch sein dass ich was mit meiner familie machen mal gucken weil es der feiertag genau also freitag denke ich mal nicht nächsten freitag zum serie art und zwar da bin ich in der schule und ich könnte nach der schule okay ich könnte zwar nach der schule machen aber das ist ein bisschen zu spät im bonus tag ich gebe euch dann noch mal informationen freund ich gebe euch auf jeden fall noch mal informationen und kriegen jawohl wir kriegen bonus wichtig und richtig wichtig und rechnung ich habe ich hier verkauft arnold okay arnold haben wir verkauft jetzt haben wir neun millionen ja freunde also wie gesagt ich benne euch jetzt alles ein was gestern passiert ist ich wünsche euch viel spaß lasst gerne like lasst ein abo da keine weitere videos und streams hier mehr auf meinem kanal zu verpassen freunde ich wünsche euch viel spaß natürlich auch noch einen schönen bundesliga samstag und abfahrt freunde jawohl hier ist er kommt hier ganz schnell max hummels wird sich direkt geholt am anfang die spieler auch am start okay ich ziehe einfach sonn ich ziehe einfach so ja ich gehe auch fahren und freundlich wir holen jetzt alle ballack ab wir holen das ballack ab freunde let's go ballack ist am start let's go ballack ist am start sehr sehr wild freunde sehr 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 wild ich hole silber stark und da sehr sehr nice so sehen stellen natürlich erstmal direkt rein für deko deko kommt raus bei bei euro war deko aber ballack liebe ich einfach mehr und dann ein zuschauer 101 zuschauer oh mein gott vielen 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 dank ich kann es nicht glauben 101 zuschauer oh mein gott vielen vielen dank an alle die gerade am start sind kurs geht raus es ist zu krank ihr macht mich fertig freunde ihr seid euer support ist so krank euer support zu krank vielen dank die alle gerade am starten junge 100 zuschauer habe ich noch nie habe ich noch nie geschafft und dass man sich zuschauer freunde zu krank nächstes weg ich weiß gar nicht was sagen soll 120 zuschauer alter ich komme gerade gar nicht mehr drauf vor allem machen erstes weg erstes weg von der erstes weg ist sowieso ein garantierter spieler ich drücke drauf 3 2 1 let's go er ist das spieler hier von sie von sie ich krieg direkt dem seite ja es zu krank einfach gerade jetzt kommt nichts weg nächstes weg chat pack 3 2 1 let's go also 100 wir hatten jetzt gerade 110 zuschauer es geht ab morgen fm gamer 92 wild 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 also peckler gönnt zwei packs 2 mal 90 plus so wir kriegen es auch bereits der freunde 3 2 1 let's go weil michael jawohl damit leon sehr 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 nice so freunde es go nächstes pack chat pack machen wir jetzt weil es ein garantiertes spieler pack 2 2 1 abfahrt umg wenn ihr schlacht die ehren ehren schlacht die silas war man war man echt als ob wir haben w Zhao w backgrounds wambi w луч wami 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 wir haben den bau magi tukka ehren 3 2 1 jetzt go moin wort ja okay ja okay guck mal war klar aber es ok áveis also hatte und umg auch alles klar